Hallo und herzlich willkommen zu Haunted, das neue EP von mir. Ich werde mal ein bisschen die Musik hier runterschrauben, damit man mich auch ein bisschen verstehen kann. So, aber ansonsten... Hoppla... Denke ich mal, legen wir mit einem neuen Let's Play los und wir nehmen die erste Episode. Auf normal natürlich. So, bisher schwarzer Screen. Hallo? Jetzt höre ich gar nichts mehr. Ah, jetzt geht's los. Jetzt! So... wie ist es im Moment? Ja, jetzt geht's. So... Hier wurde ich. So... 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 Was würdest du machen, wenn du auf dem Platz bist? Du hast nie gesehen. Okay, das war... sehr eff... interessant. God will I am I, what is this place? Wo bin ich? Was mache ich hier? Ich denke mal, wir gehen erstmal ein Stück. Können wir irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Können wir rennen? Nein, können wir auch nicht. Da drüben ist ein Licht. Wir sollten mal hingehen. Ich würde lachen, wenn wir da schon sterben würden. Wenn du mit dem Platz bist, was wir in der Auguste? Da drüben ist eine Unterstützung von einem Platz. Da drüben ist es, wenn du mit dem Platz hast. Deshalb haben wir einen Platz für den Betworben 2020 und der Verlust. Wir haben diesen Betworben. Wir können nicht leiden auszuschauen. Die Strecke der Facilität ist aus der Frage. Die Distanz von Kohl's zu Green Park ist minor, perfekt für unsere Neues. Es sollte nicht zu schwierig sein, eine überzeugende Geschichte zu kommen, warum der Park nahe zu dem Publikum ist. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt ohne Waffe rumlaufen. Was war das? Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ähm... Ich geh hier jetzt einfach mal so spazieren, ähm... Ich, ich, ich tu nix. Ich bin hier nur einfach so... Wo soll ich denn lang gehen? Ich glaube, ich geh hier lieber lang. Gucken mal auf deinem Schild hier. Oh, ja. Ähm... Mhm. Sehr interessant. Ich glaube, hier sollten wir nicht reingehen ohne irgendeine Lampe oder so. Ich nehm lieber mal einen anderen Weg. Oh, da steht ein Auto. So. Hallo? Jemand da? Ja. Dann gehen wir mal diesen Weg entlang. Alter Schwede, ey. Was macht der Typ mitten im Nix? Und warum sind hier so viele Abzweigungen? Hallo? Was ist das da oben? Achso, ne Laterne. Da war doch grad was. War da nicht grad was? Ich mach mal kurz Tab, ähm... Ist da irgendwo ein Ziel eigentlich? Ach, da bin ich. Aha. Green Park und Station Gold. Äh, de... Okay, close. Los. Aber irgendwie so festgelegt. Ich geh mal hier rein. Mal gucken, was dann passiert. Ich würde lachen, wenn da, wenn da vor mir so einer da stehen würde und... Machen würde. Ah... Pff... Sind wir hier nicht angekommen? Haben wir hier nicht. Mal gucken. It's locked? Ich will rein Okay, dann gehen wir mal hier entlang Kann man schneller gehen? Nein Ich finde es auch schade, dass es hier nicht so eine kleine Einführung gibt und dass man nichts bekommt Ich fühle mich hier jetzt gerade ein bisschen wie beim Slenderman, dass hier gerade um Äh, sich irgendwas hinter einem Baum versteckt Ähm, wir sind jetzt da Ähm, ich glaube wir müssen hier hin Dann gehen wir einfach, ach, müssen wir jetzt den ganzen Weg da durchgehen? Nee, ich gehe jetzt da durch, mache mich darüber auf den Weg Warte mal, ich hab mir da noch nicht Okay, gleich rechts Also hier Darum befindet er sich hier in dem komischen Ort Bei Rie Ich, äh, verschwinde lieber Da ist irgendetwas Alter, später Oder bin ich, dass der da rumraschelt Wo sind wir überhaupt? So Ach, wir sind jetzt schon auf dem Weg Sehr schön Ähm Aber ziemlich geil gemacht, muss ich schon sagen Also das ist mein erstes Kruse-Spiel, was ich hier spiele Und Bisher passiert ja auch nichts, aber man bekommt auch nicht so Anhaltspunkte Also Vielleicht war, stand da irgendwas auf Englisch, wohin ich gehen soll Aber ich gehe erstmal da hin, was Ähm Mir angezeigt wurde So, wo sind wir? Jawohl Gut Dann gehen wir da weiter Vielleicht kann man auch bei den Settings das nochmal auf Deutsch stellen Dann kann man sich das viel besser durchlesen Ich nehme mal eine Abkürzung Kann ich doch nehmen, na Ja So Ähm Vielleicht werde ich auch für den nächsten Part nochmal ein bisschen höher Die Einstellung Warum ist denn das hier so komisch? Einstellen Ich sollte das lieber nicht tun Nee, ich sehe auch nichts mehr Hallo? Okay, schnell weg hier Boah, Alter Was ist das hier für eine Gegend? Welche normale Menschen wohnen denn hier? Ich bitte euch, Leute Äh Ich hänge fest Ich hänge fest Jetzt hänge ich nicht mehr fest So Also As you are Where to adaption progress Go specific This is why Wie Ja, also Da kann ich jetzt beim Überfliegen Nichts raus Zinden Ähm Ach ja Ich wollte ja mal gucken Gut Wir müssen dann Noch ein bisschen weiter gehen Dann gucke ich mal Was da Sein soll Weil es ist ja nicht umsonst Da markiert Warum Weshalb Wieso Hm, da sehen wir es Ah, da Kannst du mal Okay Was muss ich dann machen? Da kann ich nichts machen Müssen wir etwa das reparieren? Ich weiß das nicht Nee Warte mal Was steht da? Also wenn ich eh nutze I think there is no gas in the food tank Da ist kein gas in dem feinen tank Das heißt Wir müssen irgendwas anderes finden Das können wir nicht benutzen Äh Gibt's hier noch irgendetwas In diesem Bereich Was man verwenden? Oh Gucke mal Batterien Wofür auch immer Will ich eigentlich gar nicht wissen Gibt's hier sowas wie ein Inventar? Habe ich vielleicht Irgendwelche Sachen Womit ich mich ausrüsten kann? Nein Das funktioniert Nicht Okay Kann ich vielleicht Die Batterien benutzen? So Ich bin jetzt hier Ach Es geht noch weiter rein Okay Hm Ja ich denke mal Wir werden dann im nächsten Part Mal weiter gucken Wie es hier in diesem Äh Schönen Spiel Wie auch immer Hier weiter geht Und ich werde auch ein bisschen Die Grafik ein bisschen besser einstellen Weil hier ist noch ein bisschen Alles verschwommen Und Vielleicht soll es so sein Ähm Aber Ich denke mal Wir können da noch was Dran drehen Ich hoffe es hat euch Der Part gefallen Ähm Und ich werde jetzt mal gucken Wie ich hier noch ein bisschen So weiter komme Anscheinend müssen wir diesen Tank mit Gas füllen Und Hier auf der Karte Ähm Sehe ich eigentlich gar keinen neuen Anhaltspunkt Wo wir sowas finden könnten Mal schauen Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Und bis dann Ciao Ciao